Advent. Die schöne Lichterzeit. Zeit für Sicherheit. Der ESRA Adventskalender. Heute möchte ich auf ein weiteres Sicherheitsrisiko eingehen, den überfüllten Briefkasten. Es gibt für Einbrecher kaum ein besseres Indiz, dass schon länger keiner da ist, als ein überfüllter Briefkasten. Aus diesem Grund, wenn ihr einen Urlaub plant, dann plant bitte auch jemanden ein, der diesen leert. Das war's schon und wenn ihr weitere Fragen zum Thema Sicherheit habt, wisst ihr, wo ihr uns erreicht.